Du bist super fett geworden, du stinkst, du lügst, du bist nicht lustig, du kommst zu früh und du guckst anderen Frauen hinterher. Ja komm, das mach ich doch nicht extra. Du guckst den Frauen also nur zufällig auf den Hintern. Achso, nee, ich meinte, ich werd nicht extra fetter, das mit den Mädels tut mir leid, aber die laufen doch echt schon ein paar Geräte rum, ne? Na süßer, na schöne Frau, ich hab mich schon von da vorne gesehen und dachte mir, das ist aber mein Schokomuffin. Ein Schokomuffin? Ja, und ich nasch doch so gerne, naschst du auch gerne? Ähm, entschuldig, ich bin die Naschkatze unter den ganzen Katzen. Nice, zu mir oder zu dir? Life is beautiful. Na, du freches Früchtchen? Was willst du? Ich dachte, dass man sich vielleicht kennenlernt, hast du Lust? Ich steh auf Frauen. Äh, passt doch, ich steh auch auf Frauen, praktisch unsere erste Gemeinsamkeit. Verpiss dich. Hm, alles klärchen, tschau, tschau. Schön, dass du hier bist. Äh, hier? Ich bin Nelson, kleiner Spaß, aber ich bin doch der Letzte, der nicht Ja sagt, zu so einem Zusammenkommen zwischen Mann und Frau. Und was hast du Schönes geplant? Ja, nicht sonderlich viel, aber ich hab Kohle ohne Ende, mach einen schönen Tag, vergnüge uns, bist du dabei? Aber sowas von. Zeit für? Shopping! Und, schon was geplant für unser erstes Date? Ja, jetzt nicht direkt, nur es läuft finanziell nicht so dolle, von daher wird doch heute nicht so viel passieren, aber ganz schön kalt, ne? Allerdings, der Wind bläst wie Sau. Ja, du denn auch? Wie sieht's aus, du glasiertes Prachtstück? Ich hoffe, es sieht gut aus für dich, du siehst mich ja das erste Mal ganz, wie ich bin. Ich bin gespannt, ich bin sowas von gespannt. Na, was sagst du? Was ich sage? Rein gar nichts, ich singe! You are my fire! Das war der reine Wahnsinn, du bist unglaublich, ich war wie in einer anderen Dimension. Ach Babes, und ich hab grad mal 20% von denen gezeigt, was ich drauf hab. Was soll ich sagen, das war kurz. Ja, aber es geht ja nicht nur um die Zeit, ne, sondern auch um das Geschehen. Das waren maximal drei Sekunden. Ja, und wie sagt man, alle guten Dinge sind? Drei? Aha! Dann ist es entschieden, ich zieh morgen bei dir ein. Ich bring morgen alle meine Sachen mit. Und ich mach supi-dupi viel Platz im Kleiderschrank. Ich bin schon echt aufgeregt. Und ich bin schon echt erregt. Wohne ich wokushia weg, moi? Si. Dann ist es entschieden, ich zieh bei dir ein. Muss das sein? Was? Nee, ist schon gut. Natürlich muss ich erstmal alles weg. Was? Na, der ganze Schrott muss weg, ich leb doch nicht in einer Müllhalde. Na, eine Müllhalde ist ein bisschen übertrieben, ne? Wie dem auch sei, ich gehe jetzt erstmal in pinke Farbe kommen. Pinke Farbe? Ja, für die ganzen Wände in deiner Wohnung. Äh, äh. Läuft doch. Girl? Ja? Warum riecht es im Bad nach frischem Apfelkuchen? Ich war auf Klo. Sorry, Boy. Sorry, Boy? Es riecht nach frischem Apfelkuchen. Und ich liebe frischen Apfelkuchen. Oh, shit! Get him! Do you think I want this? Don't stop. Oh, shit! Oh, shit! Was guckst du so traurig aus der Wäsche? Ich bin so fett geworden. Ich habe locker das Doppelte auf den Hüften wie vor ein paar Monaten. Äh, dann mach doch Sport! Ich habe so schrecklich Durst! Dann trink doch was! Wir haben da noch Milch da! Ein auf Milch ist Gift oder was? Dann trink halt mal Milch, um deinen Durst zu löschen. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ganz toll, jetzt saust du hier alles mit Milch ein! Finde ich asozial! Willst du dir allen ernstesten Pferd kaufen? Gib trinken! Das heißt, gib mir bitte das trinken! Jetzt stress mich doch nicht, bist du 100 oder was? Oh Gott, bist du ein Sick, ihr? Mein Gott! Oh! Damn! Damn! Ja! Stimmt, du fieser Fieslinge! Ha! Habe ich dich! Wahnsinn, wie gut du Fortnite spielen kannst! Du warst die letzten beiden Male unter den letzten 50! Man tut, was man kann! Beeindruckend! Weißt du eigentlich, wie er es selbst mich anmacht, dass du so lange Playstation spielen kannst ohne Pause? Hübo, mach den Meister, Babes! Und ein Meister hat sich eine Belohnung verdient! Äh, 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 oh! Ähm, kann ich gleich auch mal spielen? Nee, kümmer dich mal um die Wäsche! Okay! Ähm, kann ich denn, wenn ich die Wäsche aufgehangen habe, gleich mal spielen? Nee! Okay, ähm, ich hab dich lieb! Nerv mich, ich bin mitten im Spiel! Okay! Ist es wirklich nötig, dass du jede Stunde duscht? Ich dusche nun mal halt gerne jede Stunde und ich möchte immer nach Rosen für dich riechen! Ja, und du riechst auch echt rosig! Aber die Wasserrichtung ist nicht so rosig, mir wird ganz schwindelig von den ganzen Kosten! Gleich wird hier noch schwindeliger! Äh, 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 oh, say can you see my... Ähm, sag mal, Hasikupsi, willst du noch den ganzen Tag nicht mal wieder duschen? Geht nicht, ich stelle gerade den pH-Wert meiner Haut ein! Klasse, aber es riecht, du riechst! Und jetzt? Ich will gesunde Haut haben, gönnst du mir das nicht? Natürlich gönn ich dir das, aber du riechst, es riecht hier, die ganze Bude ist am Muffen! Dann sprüh mit Parfum! Ich hab nichts mehr zum Sprühen! Dann sprüh ich! Äh, äh, die, oh! Du warst der Stärkste, den ich je hatte, der Lustigste, du warst extrem gut im Bett, du bist reich und, 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 aber ich muss Schluss machen, du bist viel zu gut für mich! Ich verstehe das, Schnucki, aber keine Sorge, deine Schwester wird sich heute Abend um mich kümmern und mich trösten! Ach, da bin ich ja beruhigt, soll ich dir noch einen blicken, bevor ich gehe? Da will ich nicht unhöflich sein, also, ja, bin ich dabei! Du bist super fett geworden, du stinkst, du lügst, du bist nicht lustig, du kommst zu früh und du guckst anderen Frauen hinterher! Ja, komm, das war ich doch nicht extra! Du guckst den Frauen also nur zufällig auf den Hintern! Ach so, ne, ich meinte, ich werd nicht extra fett, das mit den Mädels tut mir leid, aber hier laufen doch echt schon ein paar Geräte rum, ne? Ich wünsch dir was! Ach, die kommt wieder! Oder? Das war das Video, Leute, ich hoffe es hat euch gefallen, vielen Dank an IMK! Hat's dir Spaß gemacht? Ja, sehr! Das freut mich, mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht! Leute, wenn ihr noch mehr Ideen für Vorstellungen versus Realität habt, schreibt's in die Kommentare, folgt ihr unbedingt auf Instagram, erster Link in der Beschreibung! Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen! Peace! Na, siehste? Warte, du wirst nemal machen, tschuldigung! Ein Schwungerfin? Das ist nicht schlimm! Der Wind bläst wie Sau! Ja, ey, du denn auch? Genau, Swinger, aber Autowarfe! Normal! Allerdings, der Wind bläst wie... Der Wind bläst wie... Entschuldigung! Allerdings, der Wind bläst wie... Bro! Was? Das tut mir leid! Also, welche? Nur so, nur die Füße berühren im Bettel, ja? Wir machen einzelne Shots, wir machen das, dann überlegen wir uns Neues, das kann ich dann beieinander! Und Action! Okay, das war das Ding nochmal, nochmal... Oh, warte! Kann ich auch hier gucken, außer... Nee, dann sieht es so aus, als ob ich in die Kamera gucke. Okay, genauso stehen bleibt! Und Action! Das war anders! Das ist der Kameramann, Leute! Was war das gerade? Das war ein... Luftröps! Ein Luftröps! Vielen Dank dafür! Das hat das Video einfach nochmal auf ein neues Level gehoben! Also, erstmal gehe ich pinke Farbe einkaufen! Sehr beeindruckend! Weißt du eigentlich, wie sehr es mich anmacht, dass du ohne Pause so lange Playstation spielen kannst? Ja! Ja! Ich hab keine Ahnung! Ja! Oh nein, dann musst du noch weitergeben! Ach so! You are... My fire! The One... Desi- Ha 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 ha! Ich weiß, ich weiß, ich weiß